Musik Hallo, ich heiße Laura. Ich habe mir das Jesuskind ausgesucht, weil es Frieden bringen soll. Bitte, lieber Gott, beschütze alle Menschen, groß und klein. Amen. Tschüss. Hallo, ich bin der Jakob. Ich will euch heute die Gruppe von meiner Oma vorstellen. Am meisten gefällt mir das Jesuskind, weil es den Frieden auf der Welt bringt. So sieht er aus. Er liegt in der Gruppe, dass ihm nicht kalt wird. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Musik Musik